Mein Nachfolger Dietmar Bartsch und ich, wir hatten eben ein sehr interessantes Gespräch beim Präsidenten Boliviens Evo Morales. Man merkt, wie leidenschaftlich er kämpft für die Unabhängigkeit des Landes, für eine eigenständige politische und ökonomische Entwicklung. Er kämpft aber auch darum, dass ein Wissenstransfer stattfindet. Hier kann Deutschland wirklich helfen, damit die Ingenieure und all das, was sie benötigen, auch wirklich ausgebildet werden, damit sie eigene Fabriken aufbauen können und nicht nur der große Westen kommt, da alles abbaut und ihnen da ein paar Dollar hinwirft und dann ist das erledigt. Nein, wenn man das Land entwickeln will, braucht man eigene Industrie und so weiter. Und das hat er alles erkannt und da kämpft er mit Leidenschaft und er kann sicher sein, dass wir ihn solidarisch unterstützen werden. Stimmt's? Das stimmt mit Sicherheit. Ein beeindruckender Präsident, ein indigener Präsident, der Wahlen haushoch gewonnen hat und eine Politik für Bolivien gemacht hat, die viele aus der Armut herausgeführt hat. Das ist beeindruckend. Das ist für Linke, auch außerhalb Lateinamerikas, durchaus anschauenswert. Und er kämpft hier in Europa dafür, dass es Industrie im eigenen Land gibt, dass es Zusammenarbeit gibt. Das werden wir unterstützen. Solidarität auch in dieser Frage. Ein tolles Gespräch. Vielen Dank.